Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich habe euch ja schon viel über Lübbenau erzählt und was es alles in unserer wunderschönen Stadt mitten im Spreewald zu erleben gibt und ihr wisst auch wie gut es sich in unserer Genossenschaft wohnt. Heute möchte ich euch mitnehmen auf einen kleinen Trip durch unsere Wohngebiete und euch ein bisschen davon was zeigen. Wir haben hier in Lübbenau im Bestand unserer GWG vier Wohngebiete. Ein östliches, ein Wohngebiet Mitte, ein südwestliches Wohngebiet und das Lindenviertel. Beginnen möchte ich mit dem Wohngebiet im Osten. Kommt mal mit! Unser östliches Wohngebiet ist ein hervorragender Wohnstandort für alle Generationen. Gleich in der Nähe gibt es alles was euer Herz begehrt. Die Wohnungen liegen zentral und in einer ruhigen Wohnanlage mit gut zu erreichen im lebendigen Umfeld. Wir haben sehr schön gestaltete Freiflächen, die euch das Gefühl von einem behaglichen Zuhause geben. Ja und die großzügig und liebevoll angelegten Grünerlagen und auch der nahegelegene Park laden euch zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Ich stehe hier vor der Kita Diesterweg. Das ist allerdings nur eine von insgesamt fünf Kitas in unserer Neustadt. In wenigen Gehminuten findet ihr außerdem individuelle Einkaufsmöglichkeiten mit allen Geschäften und Dienstleistungseinrichtungen, die ihr gern habt. In der Nachbarschaft befinden sich außerdem das medizinische Zentrum mit zahlreichen Arztpraxen und einer Apotheke und vielfältige Kultur- und Freizeitangebote. Wie zum Beispiel das Kulturzentrum Gleis 3. Das kennt ihr sicher noch von den Polka Beats und zahlreichen anderen Veranstaltungen, von denen ich euch bereits berichtet habe. Die verkehrsgünstige Lage mitten im Stadtzentrum und das gemeinschaftliche Miteinander wissen unsere Mitglieder besonders zu schätzen. In zehn Gehminuten seid ihr am Bahnhof oder in der Altstadt. Zudem sind alle unsere Wohnungen modernisiert und verfügen über einen eigenen gemütlichen Balkon. Hier könnt ihr richtig gut wohnen. Jetzt befinde ich mich im Wohngebiet Mitte. Hier seid ihr sozusagen mitten im Herzen der Löwenauer Neustadt. Also mitten im Leben und dennoch mit gut gepflegten Erholungszonen. Gerade Familien finden hier attraktiven und bezahlbaren Raum zum Leben. Schöne Grünflächen laden euch zum Verweilen ein, zum Beispiel für Bewegung an der frischen Luft. Und auch hier im Wohngebiet Mitte habt ihr viele Einkaufsmöglichkeiten wie das Kolosseum, Friseure, Dienstleistungsangebote und Ärzte. Und die Stadtbibliothek, die befindet sich auch hier. Und das alles ist gut zu Fuß in erreichbarer Nähe. Hier seht ihr eine der beiden Grundschulen unserer Neustadt. Zudem hat unsere Stadt auch ein Gymnasium, eine Oberschule, eine Förderschule und eine berufliche Schule für Sozialwesen. Eine ganze Menge, nicht wahr? Und das alles ist in wenigen Minuten erreichbar, ohne dafür in eine andere Stadt pendeln zu müssen. Besser geht's doch gar nicht. Gemütliches Frühstücken auf dem großzügigen eigenen Balkon und einen einzigartigen Ausblick? Hier habt ihr die Möglichkeit dazu. Unsere Wohnungen sind umfangreich modernisiert und die Grundrisse familienfreundlich gestaltet. In der Nähe gibt es ein Sportstadion und zum Fitnesscenter und zu individuellen Kulturangeboten ist es auch nicht weit. Die nahegelegenen Ausflugsziele und nahe Erholungsgebiete rund um den Spreewald sind von hier aus gut über Wander- und Radwege zu erreichen und lassen keine Wünsche offen. Im Wohngebiet Mitte habt ihr einfach mehr vom Leben. Unser südwestliches Wohngebiet ist aufgrund der Nähe, den zahlreichen Schulen, Kindergärten und Vereinen besonders familienfreundlich und eine ausgezeichnete Adresse. Ein gepflegtes Wohnumfeld garantiert Erwachsenen, ein entspanntes Wohnklima und Kindern ein Aufwachsen in freundlicher und aufgeschlossener Nachbarschaft. Außerdem punktet dieser Standort auch durch seine zentrale Lage und die Nähe zu allem, was Lübbenau so zu bieten hat. Mit den innenliegenden Personenaufzügen ist jedes Geschoss problemlos erreichbar und kann somit von allen Altersgruppen genutzt werden. Und jetzt zeige ich euch zum Schluss unser beliebtes Lindenviertel. In unserem wunderschönen Lindenviertel könnt ihr naturnah wohnen und dennoch städtisch leben. Klingt komisch? Ist aber so. Denn in der Ruhe liegt die Kraft, wie es so schön heißt. Viel Grün in einer aufgelockerten Bebauung. Das ist der besondere Charakter dieses Viertels. Parkplatzsuche? Nicht bei uns. Schaut mal, euer Auto parkt ihr fast direkt vor der Tür auf den dafür großflässig angelegten Stellflächen. Euch erwarten hier moderne Wohnungsgrundrisse und großzügige Grünflächen. Das Lindenviertel ist sozusagen unsere Oase im Süden. Nur leises Vogelzwitschern durchdringt ab und zu mal die Stille. Euch erwartet ein ganz charmantes Wohnflair in einer absolut ruhigen Gegend. Ganz in eurer Nähe ist übrigens auch eine Schwimmhalle. Das war meine Reise durch unsere wunderschönen Wohngebiete. Ach, wenn ihr Lust bekommen habt, darüber mehr zu erfahren und Mitglied in unserer Genossenschaft zu werden, um die besonderen Vorzüge einer Mitgliedschaft bei unserer GWG zu nutzen, dann meldet euch bei uns. Wir sind gern für euch da. Und wie ihr gerade selbst gesehen habt, ist Libinau eine Stadt, in der es sich wirklich sehr gut leben lässt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, eure Lena. Bis zum nächsten Mal – uca. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.